Musik Guten Kinzi Oh, oh, und der Kinzi stöhnt rum Oh, oh, ich weiß nicht Ja, heute ist mal deine Antwort nicht ganz mit drauf, sorry Ist doch kein Problem Aber du redest ja so viel, da ist es nicht so schlimm Ja, genau, fuck ihr Das ist der gleiche Text, den du benutzt hast Bei mir hat es ja allerdings gestimmt Ja, hast du recht Nein, wir haben uns alle lieb, pie 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 Ja, genau, haben wir uns lieb, klar haben wir uns lieb Am liebsten von hinten Äh, äh, äh Igitt Igitt Ah, ah, oh What the fuck ist jetzt schon wieder los? 5, sehr schön Hm, ich geh mir mal noch ein bisschen Öl holen Ne? Die reibt sich mit der Lotion ein Äh, es Die Wirst du mal nicht mehr zu gucken, wo du grad hier bist? Ich hab die ein bisschen getunt Ah, Brussels sprout geht nicht, okay Ähm, warum liegt hier im Gehirn rum? Warum sehe ich dich eigentlich auf der Map nicht mehr? Hört mir jetzt gerade mal auf Ich seh dich auf der Map Alles gut Ich steh dich nicht mehr Habe ich wahrscheinlich irgendeine Taste gedrückt Das siehst du jetzt erst, das ist schon ungefähr seit 10 Folgen da Damit können wir Stahl Ja, den Kasten, den Kasten kenn ich, aber da war letztes Mal noch kein Ding obendrauf, oder? Doch Doch Ah Da kann man Stahl machen Was ist denn hier im Casting-Baseng? Ja, Stahl, aber das hat nicht gereicht, uns zu füllen Achso Guck mal, ich hab hier, ich hab Minecraft ausgetrickst, guck mal hier an der Ecke Du hast es ausgetrickst? Ja, guck mal Normalerweise brauchst du hier einen so einen Drain und kannst da nur einen Anschluss dran machen Ach, Quatsch Aber wenn du den an die Ecke machst, dann kannst du den, ich kann sogar hier was rausgießen Das ist aber Bug-Husing Wie, du kannst es überall rausgießen? Ich kann hier rechts rausgießen, hier Hä? Hier kann ich rausgießen Wozu den zweiten Casting-Table? Das ist kein Casting-Table, achso, ja, weil, falls man mal schnell irgendwas gießen muss und das andere ist besetzt Achso, achso, mit Ingenots dann Okay Jetzt muss ich grad mal gucken, war, ähm Okay, ich muss weitermachen Ähm, Hide Minimaps heißt, äh, Radar, Radar on Ah, Radar on Jetzt bist du auch wieder da Hm Okay, ich hatte irgendwie mein Radar, äh, deaktiviert, keine Ahnung wieso Der war jetzt von meinem Radar verschwunden Hm Ja, das, äh, ich hab nen Tarn Das hör ich, hör ich öfter Ja Das ist, oh, das war fies Ach, nur ein bisschen Na komm schon, wachse, wachse So redet er öfter mit seinem Penis Aha Ah, ha, 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 ha Ach ja, wie würde die gute Schnecke jetzt sagen Ich ist alles mit Penis Ja, ha, 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 ha Oh, Mann Oh, Mann Herrlich Was, was fehlt mir jetzt noch? Oh, ich hab gar keinen Überblick mehr Dann läuft der mit Toka ja da durch, dann kann er ein bisschen Cobblestone einsammeln Nein, sollen wir Das Mission Coil Zwei Gears Ah, ich brauch noch nen Gear So Ah, mir fällt gerade auf, wenn ich wieder Musik hab, dann sollte ich vielleicht die Ingame Musik ausmachen Ich meine Playlist ist schon durchgelaufen Alter Da Aber ich höre nochmal, äh, World Map Das ist so ein fröhlicher Song Verdammt, was fehlt mir jetzt hier noch? Pneumatik Servo habe ich Zwei Steam Dynamos habe ich Item Duct Copper Gear Copper Gear fehlt mir Oh, das war ein Reim Der Reim war fein Der Reim war fett Das find ich aber gar nicht nett Fuck you Nein, ich mein den Ich mein den Hoppa Achso Ah, okay Hoppa 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 So, wie war das? Das, das und das? Äh, das und das? Was? Kann ich nicht einsammeln? Oh, ist es schon voll? Kann nicht sein Okay, komplett falsch Schgewieser 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 Ich hab kein Lied mehr Ah, ist voll, alles klar 3, 4 Nomnomnom Nomnomnom Nomnomnomnom Zwischenlagern Ja, da kommt das Redstone Wo ist es denn? Das kommt da hin Das kommt da hin Das ist schon alles So Hab ich nicht mehr Das gute Ding irgendwie noch aufladen Puh, das Tin Upgrade wird hier zwischengelagert Nein, kein Platz Da Oh, das ging fix Gehirn Ja gut, Gehirn will ich nicht wegschmeißen Kann ich eventuell nochmal gebrauchen Ups So Da muss ich gleich ein String wegpacken So Na super Ich hab irgendwie meine Aufnahme beendet sehe ich grad Oh 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 Wie ist das dann passiert? Keine Ahnung Hm Ah, ist schon wieder eine Aufnahme geprackt Nooo Nooo Ich hab mir ja meine Realist Action als Demo angeguckt Ah, jetzt war ich doch wie so Ganz ok, aber Mir fehlt ein paar grundsätzliche Dinge Äh, weißt du wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben? Scheiße, nein ich habe nämlich wieder die aufnahme verkackt beziehungsweise pausiert wir sind jetzt seit sieben seit zehn minuten sind wir jetzt dran ich muss jetzt ehemal ich habe übrigens ein jetpack jetzt gemacht ja 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 ich muss jetzt erstmal gucken wie das ding funktioniert und jagt dich nicht in die luft simpel jetpacks switch mode mit c turn on off mit f wo bist du beim laubhaus du bist oben im laubhaus nein du bist über dem laubhaus nein kommen wir noch mal dahin wo die eben was ja oder haut ab wie geil das sieht richtig cool aus wir haben einfach die fackel animation genommen ist ja easy cool cool kann ich mir das ganz kurz ausleihen der eger ja das würde wohl nicht möglich sein ich komme runter hilfe 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 Das ist cool, der hat auch so einen Hover-Mode, dass man ganz langsam runterkommt, aber bevor ich ihn dir gebe, lade ich ihn mal gerade noch mit Energie, weil der ist jetzt schon nur 61% runter, ja, 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 genau, davon haben wir ja unendlich, ja, quasi, musst halt einfach hier links rein machen und dann filtert er sich auf und kommt nach rechts. Okay. Wo rein? Na hier in diesen Energetic Infuser. Achja. Wenn du willst, kannst du den mal holen. Ja. Wo bist du? Wo bist du? Ah, da. Im Laubhaus. Bezugsweise warte, ich werde mal noch kurz die Reward-Claimen, das zeige ich dir gleich. Ich werde auch mal den Reward-Claimen. Steel Powered Flight ist das, hm? Oh, 75%! Alter Schwede. Voll hart. Wo? Was soll ich denn nehmen? Steam Turbine, Redstone Thruster oder kann ich auch Reward-Bank machen? Kannst du Reward-Make machen, ist ein Crater übrigens. Ich habe noch einen Epic, soll ich den mal auspacken? Oh ja, da war ja noch was. Aber ich muss dann erst die... Mach dein Inventar vielleicht mal vorher leer. Ja, habe ich gerade vor. Ähm... Da... Ne, wenn ich die da reinpacke, sind die Blätter gleich weg. Was ich für anders hin packen? Ja. Die Dreckkiste. Dreck. Stopp. Ja, unsere Erdkiste lagere ich die zwischen. Die Blätter. Auch ne Uran dabei. Oh 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 oh. Hoffentlich ist das echt instabil. So, ich öffne jetzt die Epic Bag. Und da sind vier Blutruhen drin. Very nice reward. Möchtest du die haben? Ja, das wäre angenehm. Ja, ich vergrößere unseren Blutaltar damit. Pungi-Stick. Was brauchen wir hier? Ernsthaft? Ich verstehe nicht, was das Mistding auf sich hat. Ich habe einen männlichen und einen weiblichen Neon-Tetra. Die Fische. Kannst du da was mit anfangen? Die kannst du mal unten in die Fischkiste machen. Aber da sterben die irgendwann. Nein. Letztes Mal sind sie dann gestorben. Ja, weil das war aber aus einem anderen Grund. Weil hier in der Truhe sind ja auch welche und die leben ja alle noch. Ach so. Die dürfen nur zum einen darfst du nicht im Wasser, also musst du im Wasser stehen, wenn du Ich packe die hier mit in die Kiste. Kannst du auch. Passt, finde ich. Da sind schon so viele Neon-Tetra drin. Männliche und weibliche auch. Ne, nur weibliche. Du hast nur weibliche hier gefangen. Wir haben nur ein einziges männliches. Siehste mal. Das ist sowieso nur Weibchen. Doch da. Ja, genau. Ne, das ist ein Weibchen. Das sind alles. Ach, das sind alles Männchen. Ah, okay. Stimmt. Das sieht man im Zeichen dahinter übrigens. Ja, ich hab's gerade irgendwie falsch gesehen. Egal. 13 Seed Oil Cans. Ich geh mal pennen. Oder wollen wir noch ein paar Enderperlen haben? Ich hab eigentlich gedacht, du probierst jetzt dieses Teil aus. Hab ich das im Inventar? Ja, hab ich. Hab's dir gegeben. Wenn du's nicht hast, töte ich dich. Muss ich rechts klicken? Nein. Du musst es erstmal anziehen. Als Brustrüstung. Aha. Ups. Okay. Jetzt kannst du einmal mit F den Jetpack aktivieren. Und mit C den Hover Mode. Ich würd beides anmachen. Und dann kannst du einfach springen und dann gehst du ab. Hatte ich schon an. Anscheinend von dir noch aktiviert. Ist ja geil. Ah, okay. Das ist ja geil. Ja, hat was. Oh, ich geh mal schlafen, weil hier spawnen Monster. Aber Kinsey, sei mir nicht sauer. Das Ding werde ich dir nicht dauerhaft geben, ne? Nö, nö. Ich würd's dir einfach nicht zurückgeben. Weil wenn du da runterfliegst. Ja, probier's mal. Du weißt schon, dass ich OP hier auf dem Server hab? Ach, Mist, ja. Scheiße. Warte. Aber das ist ja schon so eine kleine Lebensversicherung gegen das Runterfallen, ne? Ja, dann mach dir einen. Warte, hier hast du deinen Held noch. Mein was? Mein, dein Held. Mein, dein Held? Dein Held. Ah, hier kannst du übrigens mal schauen. Mach mal rechtsklick auf den Energetic Infuser. Wo ist denn der? Hast du? Hier vor mir. Bist du? Ja, und? So, machst du einfach links rein. Zack, der läd's dich auf, geht nach rechts und ist voll. Ja, der hat halt 400.000 Red Flux vorgepuffert. Deswegen geht das so schnell. Das kann ich nicht aufladen. Kann ich meinen... Ach, tatsächlich. Was kannst du aufladen? Das ist jetzt auch geladen, oder nicht? Nein, die ist hier nicht zum Aufladen. Irgendein Werkzeug kann man auch aufladen, oder was? Ja, die, äh, diese Invar irgendwas. Ah, okay. So, ich mach mal meinen Reward-Bag auf. Zack. Oh, ein Zaumium-Scoop. Was? Den geb ich dir mal gleich. Wo bist du? Zaumium-Scoop, was ist das? Ein Scoop, der mit Zaumkraftverzaubert ist. Und zweimal Spaghetti und Meatballs. Geil. Geil. Deswegen geht es ja. Ja, 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 ja. Das ist echt geil. Perfekt. Ich bin jetzt der Bienenmann, oder was? Zeig ich jetzt den Titel. Oh. Hover Mode in Able. Du hast die Hover Mode ausgemacht. Ja, weil ich lustig spielen wollte. Aber hinten ist noch ein Artificial Halt, ne? All das ist das, was sich nicht ändert. Die Runen, die Runen kannst du mir übrigens grad mal geben. Hallo. Ach, so ein Stück. Forest Five, sehr schön, ja. Sehr schön, finde ich auch. Artificial Halt, ja, den kann ich wieder abbauen. Muss ich neu senden. Boah, diese drei zusätzlichen Herzen sind natürlich auch super für Blutmagie, ne? Inwiefern? Ach so, Blutmagie, ja, natürlich. Ich kann jetzt quasi mehr Opfern immer. Opfer dich. Mach ich auch. So, nächster Versuch mit dem Scented Artificial Hive. Wo war die Treppe da? Okay. Ah, wir müssen gleich übrigens die Abmord machen, weil ich nicht die genaue Zeit hab, ne? Okay. Ja, besser ist das. Boah, überziehen. Das muss ja nicht sein. Nein, dürfen wir nicht schon wieder machen. Ähm, ja, haben wir, haben wir wirklich, ja, haben wir schon. Hätte ich das jetzt sagen sollen, oder nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht wär's ja niemandem aufgefallen. Aber wir wollen ja ehrlich bleiben, ne? Wo sind denn eigentlich die ganzen Cleanstowns? Du hattest doch welche gemacht. Ähm, wo hab ich die hingepackt? Ähm, in die Bauernhofkiste. Also ganz weit. Oh, ne, das ist mir jetzt zu weit zu laufen, dann mach ich mir lieber neu. Wegen, ähm, Gießkanten hab ich die da reingemacht. Ah, okay. Dü, 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 dü. Los, schneller. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ah, ach so, Abmord, ähm, ja, Abmord. Ich bin dran. Nee, stimmt, ich bin dran. Ich bin gerade wieder so vertieft in die Blätter hier. Oh Gott. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Auch wenn ich nur ein paar, äh, hier Blätter geklatscht hab. Da muss auch irgendjemand machen. Da muss auch jemand machen, ja. Und, ja, dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut. Tschüss. Reingehauen. Tschüss. Ja. Schuss. BOC. 10kh-orge-eschäft.